hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video lol profil das war schön das war eine schöne wirkung hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video willkommen auf diesem kanal einfach hier ist wieder ein video von uns einfach komplett wir haben spaß ohne irgendwie tiefgang ja guck mal hier dieses pokémon habe ich auch ja das ist eine lange gesteinsschlange kann sogar mit dem schwanz spielen kann die attacke dick vielleicht okay ey falsches ziel guckt euch jetzt gleich an wie dämlich mal ulti garia aussieht ganz im ernst naja dämlich ist es dämlich sieht das pokémon alle mal aus ulti garia junge guck's dir an ich war so ein drogentrip oder so so sehe ich aus wenn ich drei tage durchgemacht habe ohne schlaf ich habe einfach so viel nikotin genommen oh ich zwar egal ist aber egal wir sind alle eins alles wow wine whip 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 that was unfair brandmark Schlag in die Fresse. Hut, du bist einfach fertig vor so einem harten Arbeitstag versuchst. Harte Arbeit. Harte Arbeit in Anführungszeichen. Boots. Wenn du weißt, was ich meine. Heck. Ach, leck mich doch, Hut, Hut. Real. Ich bin in der Stadt und hoffens sehe ich noch so einen Kampf dazu. Das ist frech. Oh, drei Weberack. Geht mal bald auf Hut, Hut. Ich würde gern Bulldoze machen. Okay. Kann ich? Ey, ich bin schon so halb am Weglaufen. Okay. Ach so. Wow. Heck, Heck! Wow. Er hat doch gesagt, er will Bulldoze einsetzen. Ja, toll. Als ich schon auf Run geklickt habe. Nee, ich habe gesagt, du kannst das nur auf Run. Ja, dann musst du was noch sagen. Ja, ich habe diesmal frühzeitig, ich habe sogar gefragt, ob ich Bulldoze einsetzen kann. Ob ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Warum tötet ich eigentlich mehr die Pokémon meiner Mates, als ob die von ihnen gehen können? Ist so kräftig. Ja, du hast deinen Job verfehlt. Alter. Eindeutig. Er wundere dich nicht, dass wir morgen die Kündigung einreichen. Okay. Ja, stehe ich jetzt doch nicht mal unter Vertrag. Nee, wir stehen ja bei dir unter Vertrag. Wir machen dir die Büsse drauf. Ach ja, nur das. Ich stehe da echt bei mir unter Vertrag. Na, und auf meinen, ne? Ja. Wenn du jetzt Zeit dazu findest, irgendwann zu schneiden. Da wird der Shit, sage ich euch. Da bringt uns solche Decke. Möchtlich fängt an, wenn ich durch bin. Ah, shiny Goldpicks. Büsse. Ah, shiny. Oh. Hä? Schön ins warme Pokémon Center hier. Wenn wir die Bootbox öffnen. Und da bekommen wir nur Scheiße. Alter, dieses, Alter, dieses Visenius, krass. Vor allem, wenn es, vor allem, wenn es geht. Habt ihr euch inzwischen, äh, Furred Walk angeschaut? Nö. Doch, Furred Walk kenne ich, Furred Walk ist the Shit. Ja. Oh. Ist es so süß? Deswegen ist Furred, das war mein Lieblings-Pokémon. Deswegen hab ich sie auch in meinem Team. Hm, soll ich mich zu den Pokémon äußern? Das existiert halt, ne? Es ist zwar ganz süß, aber schwach. Was? Es ist zwar süß, aber ganz schwach. Alles klar. Ja. Gute 34 soll ein Wunschung machen. Auch die will ich nicht mehr anrufen. Falls wir irgendwann in einer nahen Zukunft surfer nehmen dürfen. So. Hm. 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 Oh, eine Kiste. Oh, ein Präsent für mich. Hm. Wie nett. Ich hab doch noch gar nicht Geburtstag. Hahaha. 600 Poké-Dollar und TM 52. Fokus Blast. Oh, 50 Pokémon Gold. Ah, ja. Hat's noch wer? Oh, das ist für mich. Ich muss einmal auf Route 25. Du musst was? Auf Route 25. Lol. Oh, 20. Wo ist denn die? RUTE 25. RUTE 25. RUTE 25. Oh. Wannst du das? Ja. Okay. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Wie groß ist es in Teak City? Und schön. Chi-Hiro. The Burnt Tower. Mach mal deine Reise im Zauberland. Also ich muss sagen, Teak City ist eine wunderschöne Stadt. Hätte ich die Möglichkeit zu leben, würde ich leben. Morty! Morty! Wo ist Rick? Oh, ich bin lieber. So, ist eine gute Stadt. Die Musik passt ja absolut nicht. Nee. San Yamato. One day long ago, when I was young, this sky suddenly turned black. A giant flying Pokémon was blocking the sun. I wonder what that Pokémon was. It was like a bird and a dragon. Oh, nein. 4 und 9. Rate mal, wer jetzt kommt hier. Die, 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 die. Jens, was machst du denn hier? Das ist Morty. Ja, aber auf Deutsch heißt er, äh, auf Deutsch heißt er Jens. Jens. Auß. Lol. Larry. Larry, nein. Larry ist runtergefallen. Silber. Ihr seid schon da, aber losen wir euch. Ja. Wir sind ja cool. 3, 2. Hey, I'm not ready. I have to get a better position. Wow. Der Larry ist so ein Larry. Beziehungsweise so ein Lemming. Das ist alles deine Schuld. Ja, klar. Es ist unsere Schuld, dass er sie auf die Leiter gestellt hat und jetzt runtergefallen ist. Alles klar. Ja. Unsere Schuld, dass er gestorben ist, ne? Genau deshalb haben die Nazis auch die Juden verantwortlich gemacht. Weil sie selbst im Leben nichts geschissen bekommen haben. Huf. Ganz kurze Ansprache. Wird der Twitter-Diskussion für heute bedenken? So, kurze politische Ansprache. Check. Warten wir noch auf den Ötie. Ja, kann sich auch nur um Jahre handeln. Hm, ich probiere nicht mehr. Der alte Mann ist kein Demzug, ja? Hätt sie nicht. Der alte Mann ist kein Demzug. Aha. Aber so ein Esszug kann er ja noch sein. So eine S-Bahn. Was ist denn ein Esszug? Eine S-Bahn, du Lemming. Ein Essen dazu. Oh, ich sieh. Oh, Mödi. Oh. Beck mich auf, wenn Mödi das. Yo. Ich stell mir einen Beck auf morgen, ne? Ich hab zufälligerweise drei Meisterbälle in meiner Tasche. Was? Was? Alle gekauft. Ich hab hier was. Ah ja. Ah. Nein. Wer hätte das erwartet. Hallo, Silber. Hallo, Larry. Larry, get ready. Larry. Wie man sich immer über Larry freut, wenn man Larry sieht. Larry. Larry, what the? Alles deine Schuld. Danny? Hm, hm. Hm, 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 hm. Würdest du das genau akzeptieren? Hm, hm. Oh, okay. Ist die maximal schlechte Ausgangsposition. Hm, 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 hm. Hm, hm. Erst mal was suppeln. Und ein Bounty. was bei silber hilft ist ein bounty essen ich hab jetzt niggas auch noch einen kleinen celebration dinge das ist zu klein was weiß ich ja ich hab'n du kennst doch auch nix ja das ist ein nachbild meines glieds als originalgröße immer so ein bisschen stumm bricht wenn ich mir das ist ein maßstab modell musste erst 1 zu 1 oder was musst du erst mal unter dem quasi musste erst mal unter dem mikroskoper kannte mit vergrößert werden konnte ja moment wie erst es aus wie wenn es umkippt Süß. Mülty übertreibt sich, ja? Hier lach drüber, ja Moe, was geht hier? Ja, wir lachen. Ist das verboten? Ja. Mülty, nicht so viel Schaden. Mülty, wird sich alle realisieren aneinander. Ich weiß es auch jetzt schon. Wir flexen, aber okay. Okay, Mülty. Einfach mal einen random Troutan. Kann nie schaden. Wo kommt der Troutan her? Läuft doch durchs Bild. Soll ich da so einen Troutan einblenden, der durchs Bild läuft oder was? Klar. Für die Auflockerung. So. Nice. Bist du immer noch da unten? Mein Beinschmerz! Mein Beinschmerz! Mein Beinschmerz! Mein Beinschmerz! Mein Beinschmerz! Bäriii! 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 Autsch, mein Beinschmerz ein bisschen. Bäriii! Aber die Kameras an! Zeit, um ein Rekord zu machen! Aber die Kameras an! Huch, wir fliehen! Nein! Moin! Du bist ein bisschen eingelaufen zu tun. Tschüss! Er war nett, dass du gekannt hast. Du hast gesehen. Das hat dich angestarrt. Ja. Ich werde eine Tiefe verbinden. Es fehlt echt die Ippel. Tschüss. Es muss dieses Jusin Film geben. Sonst ist es nicht das Problem. selber. Oisin! Ey! Nice! Ach, shit! Wir gehen wieder. Lul! Pumpe ab! Oh! Aber es lohnt sich jetzt erstmal nicht mehr, überhaupt noch die Arena anzufangen. Nicht für diesen paar Tage. Lohnt nicht? Lohnt nicht. Lohnt nicht. Lohnt nicht, sagt er. Warum? Ach, chillen wir uns ins Pokémon Center. Ja, da ist es schön angenehm warm. Nicht zu kalt. Ja. Kann man mal machen. Wie schmäudig ist es doch, ne? Wie schmäudig. Bill! Und Larry! Der Larry. Der Lachs Larry. Wir sind Bill in Golden Rock City. Wo ist in Golden Rock City nochmal? Okay. Fully ist doch von Larry. Tschüss Larry! Bill, aber du bist ein bisschen alt geworden, oder? Von Firebriefer Dick. Nein. Ach, seid ihr noch im Turm, oder? Ne, ne. Wir sind im Pokémon Center. Also. Ich stimme jetzt auch mal dazu. So langsam, aber sicher. Ich stehe über oben in den Treffen bei Billen, also. Am Zwisch in der Runde. Aller Kollege. So erstmal Pokkenhallen. Yes, place. Find your own way. Ey. Wir sind Larry hierher gekommen. Ja, wie ist er halt? Eventuell sehen wir uns wieder, Larry. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute auf deiner Reise. Larry. Einbeleber. Danke, Larry. Du bist der Beste. Alles gut, Larry. Time to say goodbye. YouTube claim. Du. Was ich euch nochmal zeigen wollte. Das hier ist mein, äh. Arbeits-PC. Das hier ist mein Aufnahme-PC. Das hier. Ey. Das ist wirklich Bill. Der ist alt geworden. Ja, sag ich ja. Wer hat ein bisschen im Alter zugelegt? Das ist mein Bücher egal. Du hast... Ja. Hast du uns nice gebetet. Halbwegs. Ich hab wirklich 14 Erfahrungspunkte abbekommen. Ich hab nur 6 bekommen. Ich hab 12 bekommen. Ich hab 12 bekommen. Blut. Egal. Jetzt setzen wir uns an die Runde. Okay. Äh Kai. Du gehst hier neben Bill. Geh ich halt neben Bill. Nein. Sonst ist keine Sau mehr dabei. Gut. Dann. Beenden wir den. Ey. So. Mötchen bist du nervös. Sonnenkern ist auch mehr dabei. Das will ich auch ausdenken. Warum funktioniert es bei mir nicht? Er regt mich doch. Okay. Gut. Bei mir sind die tatsächlich alle nach unten gucken oder nach oben. Bei mir ist auch zu sehen. Ach. Ich verabschiede mich. Äh. Das war doch mal eine schöne Runde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. 써gt dein шvi bites. Bis zum nächsten Mal. Endes Max. Bis zum nächsten Mal.